Wo sind wir gerade? Sweetwater Creek! Das ist frei. Musik Das war eine Fabrik, die hier am Wasser gebaut war, hat quasi von dem Wasser die Energie gezogen und hier wurde Baumwolle gesponnen. Wir sind gerade beim Sweetwater Creek, den man hinter uns abzieht. Das ist ungefähr eine halbe Stunde von Atlanta weg und man sieht, man ist schon mitten im Grün, also Riesenstadt, aber drumherum super Natur. Und wir haben einen etwas längeren Hike hinter uns und haben gerade Pause gemacht und Sandwiches gegessen und Obst und alles. Und jetzt haben wir Pause nochmal gemacht. Jetzt gehen wir weiter. Sehr ähnlich zu Deutschland. Eigentlich hätten wir auch irgendwo in Deutschland sein können. Von der Natur her sehr waldig, sehr viel Wurzeln, Fläche, ja. Gefällt es dir? Sehr gut. Jetzt gehen wir noch einmal an! Jetzt gehen wir mal wieder auf den Nachden zu. Jetzt gehen wir mal wieder auf den Nachdenken. Ich bin halt eine kleine Eidexer. Mit einer Karte für die Fernsehsend. Hive eine kleine Eidexer Dann gehen wir mal wieder auf die Daseinsen. Meine 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 Meine